Der Kali war ein braves Kind, wie man es heute nur ganz selten findet. In der Schule war ein Baby-Hirnathlet, hat selten von Amir, kann trotzdem mitspät, freut sich nicht darum, spielt lieber mit einem Aquarium. Doch bei seinem ersten Rockkonzert hat ihn das Schicksal einen schweren Schock beschert. Das Ereignis hat den Kali umgepolt, seitdem weiß er wurde Barton den Moos herholt. Er versetzt sein Aquarium und schnallt sich die Gitarre um. Der Vater, der schreit Sakrament, mein Bub, der spielt in keiner Band. Die Mutter flieht zum Himmel.